Ja, moin moin und meddel meine lieben Freunde. Eigentlich wollte ich mich heute gar nicht mehr melden, aber die Quelle, die die Audio-Leaks gestern rausgehauen hat, hat noch ein Statement dazu abgegeben. Und dieses Statement hat es in sich. Da habe ich mir nun schnell einen Salbei-Bonbon eingeworfen und will mal mit euch darüber reden. Ich muss aber auch sagen, dass ich nicht bestätigen kann, dass das Dokument, was veröffentlicht wurde, wirklich echt ist. Aber, da der Chancen-Watch-Broadcast zu der Quelle Kontakt hat und die es halt auch veröffentlicht haben auf Telegram, gehe ich davon aus, dass das auch wirklich von der Quelle stammt. Ich lese es euch jetzt gleich mal vor, warne euch aber einmal vorab, das lässt einem wirklich die Kinnlade runterfallen. Okay, fangen wir mal an. Zitat. Meddle Leute, spätestens nach meinem gestrigen Handy-Leak von Rainerle sollte jedem klar sein, dass ich in engen, haha engen, Kontakt zum Butter-Golem stehe. Ich habe über ein Jahr virtuell seinen Sperr gelutscht, um sein Vertrauen zu gewinnen und in sein Mod-Team auf YouTube aufgenommen zu werden. Glaubt mir, es hat mich an manchen Tagen sehr viel Überwindung gekostet, da ich Telefonate mit ihm an Ekelhaftigkeit und kranken Aussagen kaum zu übertreffen waren. Nicht einmal wirkte ich mein bereits halbverdautes Frühstück wieder herunter. Aber nun zum Wichtigen. Ich glaube, zum Thema Razzia brauche ich seit meinem gestrigen Leak eh nichts mehr sagen. Die ganzen Drachen-Lutscher, die ständig Fake geschrien haben, sollten nun endlich mundtot sein. Ich möchte euch jetzt nur kurz die Hintergründe erläutern, wie es dazu gekommen ist. Zumindest will ich euch Rainers Version erzählen, die beim Telefongespräch herausgekommen sind. Ja, er hat Anzeigen kassiert. Nicht nur eine. Bei der Hausdurchsuchung wurde ihm anscheinend penibel genau aufgezählt, wegen was gegen ihn ermittelt wird. Der Pornoblog, vor allem seine Vergewaltigungsgeschichte, löste anscheinend eine Anzeigenflut gegen ihn aus. Dazu noch diverse Discord-Leaks, wo er stolz erzählt, dass er nackt Zeit mit Kindern von seiner Freundin Black Rose verbringt. Im Telefonat hat er zugegeben, dass er Black Rose ist, was wir eh alle wussten. Nur der Witz bei der Sache ist, die Gerichtsbarkeit glaubt es ihm nicht. Da hat sich Rainerle mit seinen Lügen und selbst ordentlich ein Ei gelegt. Aber jetzt kommt der Oberhammer. Vorweg, von diesem Telefonat habe ich leider keinen Mitschnitt, da ich zu dieser Zeit gerade im Auto saß, auf dem Weg zu einem Freund, und ich keine Möglichkeit hatte, die Aufzeichnungs-App zu starten, ohne dass Rainer eventuell Verdacht schöpfen könnte, weil diese App immer einen Piepton von sich gibt, wenn man die Aufzeichnung startet. Rainer kackt sich gerade bis auf den Rücken an, denn, haltet euch fest, auf seiner PC-Festplatte diverse Videos gespeichert sind, er meinte aus längst vergangener Zeit, die er damals von einem Freund in Anführungszeichen bekommen hat. Dem, den eh schon bekannten Zoophilie-Videos, Delfin und so, hat Rainer noch ganz andere Kaliber auf seiner Platte. Er erzählt von einigen Snuff-Filmchen mit realen Vergewaltigungen, die er sich laut Telefonat natürlich nie bis zum Ende ansehen konnte. Wer's glaubt. Und auch einige Videos von thailändischen Mädchen, die von einem Rudelmänner durchgenommen werden. Nachdem die Polizei nun bestätigt, PC, Laptop, Handy und einige Schriftstücke mit den Zugangsdaten für einige andere Internet-Conten mitgenommen hat, glaubt Rainer nun schon selbst, dass seine Bewährung nun endgültig in eine Haftstrafe umgewandelt wird. Übrigens hat er das Haus, das Rita vom ehemaligen Stecher geerbt hat, nicht so einfach von ihr bekommen, sondern musste einen Kaufvertrag unterschreiben und eine Anzahlung von 10.000 Euro leisten. Rita durfte laut seinen Aussagen noch immer nicht sehr gut auf ihn zu sprechen sein. Einziges Kommunikationsmittel ist aktuell sein Prepaid-Handy, das ihm Marion vorbeigebracht hat. Internet hat er im Haus auch nur eine Bambusleitung mit 1 bis 4 Mbit. Also, derzeit gerät sein Leben komplett aus den Fugen. Er hat keinerlei Zugriff auf seine Konten, das schließt natürlich auch seinen YouTube-Kanal ein. Er ist schutzlos gegen Claims und Strikes. Unter den Mods sind noch mindestens zwei andere Hitter, die auch schon fleißig Leaks rausgeben. Leider gibt es darunter auch einige richtige Sperrlutscher, die zumindest mich jetzt aus dem Mod-Team entfernen werden. Rainer kann es ja aktuell nicht. Ich werde trotzdem noch so viele Infos wie möglich in den nächsten Tagen liegen. Liebe Grüße, Stefan S. Zitat Ende. Zuallererst einmal vielen Dank an den Herausgeber, dass er das jetzt alles so veröffentlicht hat. Und dann möchte ich zuallererst auch noch einmal sagen, ich möchte hier niemanden vorverurteilen, weil ja noch nichts bewiesen ist. Aber sind wir mal ganz ehrlich, das ist genau das, was halt alle vermutet haben. Dass er bei diesen kranken Fantasien, die er im Discord und in seinem Blog geäußert hat, auch solche Videos besitzt, die strafrechtlich wahrscheinlich relevant sind. Wir müssen jetzt natürlich abwarten, was die Polizei sagt, aber da bin ich ganz ehrlich zu euch, es ist meiner Meinung nach nur eine Frage der Zeit, bis Rainer jetzt wieder vor Gericht steht und die Bewährung aufgehoben wird. Ich weiß zum Beispiel noch von Bildern seines Genitals, die er ungefragt rumschickt. Und dass es nach § 184 StGB ebenfalls eine Straftat. Das war auch noch in diesem Monat. Also wenn die Polizei das alleine sieht, dann hätte sich das wahrscheinlich auch schon mit der Bewährung. Aber wenn dann jetzt noch sowas dazu kommt, dass er solche abartigen Videos wirklich auf dem Rechner haben sollte, ja dann kann ich für Rainer nur hoffen, dass im Gefängnis niemand davon mitbekommt, weswegen er verurteilt wird, denn dann ist er im Knast wirklich ganz unten angelangt, in der Hierarchie. Und wie er dann diese Zeit da drin überstehen möchte, kann ich mir im Moment noch nicht vorstellen. Aber vielleicht denke ich da ja auch schon wieder etwas zu weit, wir müssen ja nun erstmal abwarten, was die Ermittlungen ergeben, aber ich möchte hier wirklich auch nochmal einen Lob an die Polizei aussprechen. Normalerweise dauert es halt extrem lange, bis sowas wirklich mit einer Razzia bzw. einer Hausdurchsuchung und Beschlagnahmung der Geräte seinen Gang nimmt. Aber hier hat das wirklich innerhalb kürzester Zeit, wahrscheinlich auch aufgrund der vielen Anzeigen, die gekommen sind, den richtigen Weg genommen, dass die Polizei diesen Verdacht nun nachgeht. Soweit ich informiert bin, gab es nämlich einige Communities, wo das Just Nero wiederum gegangen sind, die daraufhin Anzeigen geschrieben haben. Zum Beispiel eine Gruppe von Feministinnen, die da wohl sehr aktiv gewesen sein sollen. Wie dem auch sei, es wird auf jeden Fall eine interessante nächste Zeit werden. Und ich bin gespannt, wie Rainer da rauskommen möchte. Aber wir sehen hier mal wieder ganz klar, der größte Hater ist Rainer selber. Es braucht keine anderen Leute. Rainer besiegt sich selbst. Und da ist es auch ganz egal, wie oft er noch Bewährung bekommt, es wird immer wieder den gleichen Weg gehen. Rainer besiegt sich selbst. In diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende und genießt es. Rainer wird es wahrscheinlich nicht genießen können. In diesem Sinne sage ich jetzt Medal auf meine Freunde.